Dann fang ich wieder hin, denn ich hab noch einen Kopf in Berlin. Damit Sie auch so ein bisschen in den Eindruck bekommen, was eigentlich so in der ganzen Show passiert bei mir, da ich die Dietrich wirklich versuche in allen Lebenslagen zu spielen, was ich auch wirklich wichtig finde, denn ich bin mittlerweile natürlich schon in einem Alter, wo man auch Menschen kennenlernt, die die Marlenen nicht mehr kennen. Und ich hab gerade zur Zeit einen relativ jungen Lebenspartner und es gab wirklich heute Morgen diese witzige Situation, dass er mich in der Küche noch anschaut und sagt zu mir, wer war eigentlich diese Dietrich? Und das fand ich so sehr spannend und herausfordernd, denn in diesem Moment dachte ich mir, es ist vielleicht wirklich meine Aufgabe geworden, in meiner Hühnenwelt, um Marlene vielleicht auf eine ganz bezaubernde und schöne Art am Leben zu erhalten. Sie wird ja sehr oft parodiert, manchmal auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen und sie ist auch politisch immer eine Herausforderung gewesen, gerade für die Deutschen und gerade deshalb ist es mir umso wichtiger, Marlene in ein Licht zu stellen, welches ihr schmeichelt und zeigt, was für eine großartige Frau sie war. Und wie das Ganze jetzt auch aussieht auf der Bühne, wenn man sich dann mal so ein bisschen umzieht und selbst hier heute Abend werden wir es versuchen, es wird sehr spannend, es wird ja sehr eng werden und diese Herausforderung ganz anknackt zu spielen, ist nochmal ganz besonders schön. Und trotzdem habe ich fast alle Umzüge da, wir werden alle Kostüme hier einfach quer auf die Bühne legen und ich ziehe alles mehr oder weniger aus und ich greife dann an. Und ich weiß auch gar nicht so ganz genau, wie der Ablauf sein wird von den Texten, denn es wird ganz individuell, auch so wie das Gefühl des Publikums rüberkommt, das kann man natürlich in einem großen Konzert nicht. Aber deshalb spiele ich es auch gerne einmal hier und wenn wir dann auf der großen Bühne stehen im Karl-Orff-Saal mit einem großen Orchester unter der musikalischen Leitung von Christian Gall, der mich schon ganz, ganz viele Jahre immer wieder begleitet, dann wird es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension haben, zumal wir dort auch wirklich mit den Originalzuspielern arbeiten von Marlene. Man sieht Originalfilme, man sieht sehr viele Privatszenen und während diese Szenen laufen, verwandle ich mich dann immer wieder in die andere Lebenssituation der Dietrich um die Gefühle und dieses Prickelnde, was diese kleinen Geheimnisse ausmacht, wo man nie so ganz genau wusste, ist es wahr oder ist es vielleicht nicht wahr. Ich weiß auch nicht alles über die Wahrheit. Ich habe versucht sehr viel zu recherchieren, jahrelang eigentlich und ich entdecke auch, immer wieder Neues, zum Beispiel heute mit den Brühereiern, das war wirklich ein Originalrezept von Marlene Dietrich und die gab es wirklich nur, wenn sie einen Liebhaber eingeladen hatte zum Frühstück. Den gab es prinzipiell nie danach, also die Eier, die gab es immer erst mal zuvor und sie hat ihn dann getestet, wie er die Eier verschlang, ob das gierig war oder wenn er sie gar verschmähte, dann wurde derjenige sogar aus dem Freundeskreis ausgestoßen. Also da war sie dann auch schon etwas eigen. Und solche vielen kleinen Geschichten gibt es über die Dietrich, die sehr amüsant sind und die gar nicht unbedingt was mit Geschichte zu tun haben, sondern einfach mit einem Leben, wie es heute gar nicht mehr stattfindet. Und meine Aufgabe ist es wirklich geworden, dieses Leben dieser Frau so ein bisschen wach zu halten. Ich glaube, Sie haben viel Spaß dabei. Ich glaube, sie haben viel Spaß dabei. Ich bin mir nicht in der Nacht vor blonden Frauen, denn sie haben so etwas gewisses. Seh sie dir nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas sehst du es. Ein kleines Blinkeblecke sei erlaubt dir, auf Decke wacht und vor dem raumt hier. Nimm dich in Acht vor blonden Frauen, denn die haben so etwas Gewisses. Der Prüle kommt, der Sperling piekt, duft mit blöden Kelchen. Dann bin ich ein Mann verliebt und weiss nicht in welchen. Wie aussieht mir egal, irgendeinen trifft die Wahl. Gebt er heute Abend, dass sie mir was hat, einen Mann, einen richtigen Mann. Genau, die Jungs sind mal schon zum heißen Herz, einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, dem das Herz voll der Liebe blüht, einen Mann, dem das Feuer aus den Augen spürt. Einen Mann, der er noch ein bisschen willung kann, einen Mann, einen richtigen Mann. dignum mit, den werf zu namênst, Acho gehört bitte,영 der Herr sitzt von kleinen Mann, der es nur ein Land, der geht ab gerne um mich in den Ferne. Nun.